Also, Temo Leuenberger, was siehst du zum heutigen Spiel des BÄ? Ja, sehr gut, riesen solide Leistung mit 0 Nummern. Auch ein Bock mit 16x792 Punkten, das ist sehr sauer. Also, wie weit vorne hat das gelangt auf der Rangliste? Ja, wir haben heute das Turnier gewonnen, Titelverteidigung vom letzten Jahr. Da sind wir natürlich sehr zufrieden. Was siehst du zu deiner Einzelschlägerleistung? Ja, ich habe meine Leistung von gestern nicht ganz schlafen. Mit 64 Punkte bin ich aber trotzdem zufrieden.